Meine Statistik sagt mir, dass du mit 80%iger Sicherheit hier wieder auftauchst. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht abholen. Wieso gehörst du zu den 20%, die ich nicht mehr sehe? Wir sehen uns garantiert nicht wieder. Alter, mach doch die Tür zu beim Kacken. Willst du mal anfassen? Was? Voll an die Titten gegraben, Bruder. Du warst als einziger mich im Knast besucht. Du hast mir immer einen Rücken gestern. Deswegen bist du mein einziger Problem. Kämpf, Mann! Komm, schieße! Hat sie da gefasst? Geh doch mal, Mann. Ich dachte, wir machen hier Rap oder so. Gangster. Wir hätten uns sowas langweilig kontrollieren, was zulassen. Ich respektier das doch, Mann. Du respektierst das? Sind Sie die Mutter von Tommy Weber? In meiner Wohnung werden keine Drohnen mehr versteckt. Ich hab viel mehr Scheiße gebaut und ich bin auch in der Kanacke. Und die ratzen bei dir? Irgendjemand hat sich verraten, Mann. Wie geht's dir? Ich hab keine Gefühle mehr hier und hier. Dann hatte ich einen Verräter genannt. Wie bitte? Jemand hat mich verraten. 70% von denen, die hier sitzen, tun es. Hast du in sechs Monaten im Knast keine Gedanken gemacht? Mann, ich will keinen Scheiß-Gangster zum Freund. Ich dachte, du rufst mich an. Sorry, ja, ich vergesse. Du bist ein Motherfucker. Go, then tell him that. Entweder du lässt die verfickten Ficker von dich, dass sie ihn auf Bord tut, oder du steigst gar nicht rein, du Wichser. Hast du verstanden? Entscheide dich, Scheiße. Das ist doch nicht ernst. Ich lieb dich. Scheiße. Kann ich's zurücknehmen? Du Rufus! Scheiß auf unser Plan, oder was? Das ist dein Koks-Fucker-Plan. Du hast es verraten, du Wichser. Du hast es verraten, du Wichser. Komm, geh schon mal an, ich lass dich, geh nicht rein. Halt mich doch, Mann. Schlaf hier, 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 hinter sie mich schlagen. Komm! Alter, ich hält mich einfach fern von diesen Fuck-Ups. Verstehst du, was ich meine? Kannst machen, was du willst. Mir kackegal, Aggressionsprobleme. Was ist los mit dir, Alter?